Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency Video, ich höre heute auf von einem Kanal und ja Leute, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, denn Bitcoin steht kurz vor einem Breakout und dieses Breakout werden wir heute noch sehen, ob es nach oben oder nach unten sein wird, darum soll es heute so ein bisschen im Video gehen und ich möchte tatsächlich auf einen Trade eingehen, bei dem ich alles verloren habe. Ich möchte euch ja nicht nur die Trades zeigen, wo ich Profite mache, sondern auch mal einen Trade, wo ich wirklich einen Totalverlust habe, was jetzt so gesehen nicht allzu schlimm ist, weil es kein zu großer Betrag ist im Vergleich zu meinen anderen Trades, aber trotzdem ist vielleicht ganz interessant, was ich da falsch gemacht habe und was ihr vielleicht dann besser machen könnt bei euren Trades. Ansonsten machen wir natürlich wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway, falls ihr daran teilnehmen wollt, abonniert einfach mal diesen Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren Button und schreibt mir mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin Adresse in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt mal zum letzten Video, kopieren hier direkt mal den Link und schauen uns doch einfach mal an, wer der glückliche Gewinner ist. Eigentlich wollte ich ja oder habe ich im letzten Video gesagt, dass ich im nächsten Video wieder ein bisschen auf die Altcoin Season eingehen will und auf ein paar News, aber jetzt bei so einem wichtigen Breakout müssen wir uns einfach nochmal mit dem Bitcoin Kurs auseinandersetzen und vor allen Dingen reden wir sowieso ein bisschen über die Altcoins in Kombination mit dem Trade, der bei mir leider ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ja Leute, ihr wisst, ich hatte eine Signalgruppe, die lief auch ziemlich gut, leider waren die Trader sehr unzuverlässig und ich habe mich deshalb dazu entschlossen, einfach den ganzen Leuten ihr Geld zurückzusenden für den Monat, wo ich dann eben beschlossen habe, okay die Trader sind in diesem Monat zu unzuverlässig, dafür kann ich nicht irgendwie eine Subscription Fee oder sowas nehmen, weil eben die Trader nicht aktiv oder was heißt aktiv genug, ein Trader war dann mal im Urlaub, dann hat der andere gesagt, hey ich habe gerade keine Zeit und dann kamen zwei Wochen keine Signale am Ende irgendwann mal und vorher nix ganz gut, aber nach und nach wurden die Trader halt unzuverlässig und da habe ich gesagt, nee, 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 so machen wir das nicht. Ich meine die Trades waren gut, die die geliefert haben, aber halt nicht konsistent, also nicht konsistent oder nicht oft genug in Anführungszeichen, was man ihnen auch nicht vormerken kann, ich meine wenn es keine Opportunities im Market gibt, dann gibt es keine, aber dann lohnt sich das Ganze vielleicht für die meisten Leute einfach nicht mal schauen, vielleicht finde ich da nochmal ein neues oder kann nochmal ein neues Trader Team zusammenstellen, da gibt es dann auf jeden Fall ein Video zu. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Glück mit deinen 50 Dollar in Bitcoin. Ja Leute, bevor wir auf meinen Trade zu sprechen kommen, möchte ich natürlich erstmal auf den Bitcoin Kurs zu sprechen kommen, denn das ist dann doch wahrscheinlich das interessanteste für die meisten Leute. Ich habe schon zwei Videos von zwei anderen YouTubern gesehen, die schon groß angekündigt haben, ich werde hier long gehen und ich meine, ich finde es eine ziemlich mutige Sache, dass die einfach sagen, hey wir gehen jetzt hier long, das ist unsere Entscheidung und weil sie damit einfach offen kommunizieren, ob jetzt ein Verlust kommt oder ob sie recht haben, weil es gibt auch YouTuber, die zum Teil einfach immer nur Trades zeigen, wo sie profitabel sind und das wirft dann natürlich ein etwas falsches Bild in Anführungszeichen auf ihre Performance oder auf die Chartanalyse, die sie machen, wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man in den Videos sieht, okay die liegen die ganze Zeit falsch, dann sollte man die Videos vielleicht nicht als Beispiel zumindest für Trades nehmen. Ja Leute, was ist jetzt momentan die Situation? Ihr wisst immer noch, Bitcoin versucht jetzt bereits seit einigen Tagen aus dieser fetten Bullflake auszubrechen, wir hatten jetzt auch schon 1, 2 Breakout Versuche, haben uns auch immer mal wieder kurz drüber gehalten, aber hatten nie wirklich, sag ich jetzt mal, dieses Momentum mit dabei beim Breakout, das Volumen mit dabei beim Breakout, wo wir wirklich mal drüber hinaus geschossen sind und dann an sich nur nochmal kurz angetestet haben, das heißt immer wieder, wenn wir versucht haben hier irgendwie entweder die Oberseite der Bullflake oder den 12.000 Dollar Widerstand als Support wieder anzutesten, sind wir immer drunter durchgerasselt oder zum Teil haben wir es hier nochmal gar nicht geschafft durch die 12.000 durchzugehen, sind ein bisschen durch hin und her gebounced zwischen 12.000 und eben der Bullflake und sind dann auch wieder drunter und was wir jetzt hier ganz interessant sehen können, hier entsteht momentan ein sehr großes Ascending Triangle. Wir hatten bereits ein Ascending Triangle, wo wir, oder dieses Triangle ist hier entstanden, wie man schwer erkennen kann oder wie man, das hier ist die, also das hier, ich mach es mal ganz kurz ein bisschen anders, das hier ist die Bullflake, die gestrichelte Linie ist die Bullflake und hier in Rot sehen wir eben ganz schön dieses Ascending Triangle, was entstanden ist und ihr seht auch schon, wir haben einen Breakout Versuch gehabt, sind wieder beim 12.000 Dollar Widerstand gescheitert, sind runter, sind die ganze Zeit, was nicht schlecht ist, meistens ist es relativ gut, so einen Breakout zu bestätigen mit einem Bounce von der Oberseite, ja, das wurde dann hier auch in Anführungszeichen versucht, wir sind aber frühzeitig gescheitert, die Bären waren in Kontrolle und wir sind jetzt wieder in diesem großen Ascending Triangle drin, was heißt das? Wir haben zwar einen Breakout Versuch nach oben gehabt, der ist aber gescheitert, das heißt wir müssen jetzt bis heute Abend um spätestens eigentlich irgendwo hier, 22 Uhr, einen weiteren Breakout Versuch haben und da wird sich eben entscheiden, ob der nach oben oder nach unten sein wird, denn egal in welche Richtung der ist, danach gibt es so gesehen dieses Ascending Triangle nicht mehr, das hört hier vorne auf, das heißt danach gibt es nichts mehr mit antesten, entweder das Breakout geht dann nach oben oder das Breakout geht nach unten und in die Richtung wird es dann auch erstmal sehr, mit einem relativ hohen Volumen in Anführungszeichen erstmal scheppern, ja, das heißt was wir jetzt im Auge behalten müssen ist, haben wir das Breakout nach oben oder nach unten, wir haben glücklicherweise genau in der Mitte, dieses oder fast genau in der Mitte dieses Ascending Triangles, einen sehr schönen Support ungefähr bei 11.650 bis 11.700, ja, aber eher so in dem Bereich von 11.650 Dollar haben wir eine relativ schöne Supportzone, da sind wir auch relativ schön gebounced, wie man hier sehen kann schon relativ oft, hier jetzt auch wieder, das heißt der Optimalfall wäre natürlich, dass wenn wir uns jetzt hier auf dem Support halten, wir hier einen sehr schönen Einstiegspunkt finden können, ungefähr bei 11.650 Dollar für einen Long Trade und wir dann eben das Breakout nach oben mitnehmen, den Stop Loss kann man in dem Fall dann eigentlich sehr, sehr nah, hier entweder unter dem Support bei 11.650, das heißt vielleicht irgendwie so bei 11.600 oder sowas setzen oder wenn man ein bisschen mehr Risiko traden will, kann man diesen Stop Loss einfach unter die 11.600 Dollar setzen, das heißt unter die Linie dieses Ascending Triangles, das heißt ungefähr bei 11.580 oder sowas, denn man muss natürlich immer damit rechnen, dass wir vielleicht einen kleinen Wig nach unten drunter haben werden, genauso wie hier zum Beispiel auch, ja, das heißt das ist das, was ich machen werde, ich werde jetzt auf mein Long Setup warten, ich werde höchstwahrscheinlich hier eine Limit Order oder sowas oder wahrscheinlich werde ich einfach hier, wenn der Kurs jetzt nochmal ein bisschen runter geht, ich werde wahrscheinlich einfach Market Buyen, ungefähr bei 11.650, werde hier Long gehen, aber werde sehr, sehr knapp meine Stop Losses halten und auch höchstens mit einem 25er Hebel oder sowas da reingehen, einfach aus dem Grund, weil ich hier nicht viel verlieren will mit einem 25er Hebel, wenn die Stop Loss so nah sind, dann verliert man nicht allzu viel von dem, was man in den Trade reinpackt, weil das Ganze ist relativ risky, denn wir traden in dem Moment nicht das Breakout, sondern wir traden vorm Breakout und das ist immer sehr riskant, denn man weiß ja nicht, in welche Richtung das Breakout kommt, da muss man dann halt immer seinen Stop Loss sehr, sehr nah beihalten. Das ist so mein Setup, wenn ihr das auch machen wollt, das ist jetzt hier keine Finanzberatung, ist natürlich ganz klar, das ist eure eigene Entscheidung, wenn ihr das genauso machen wollt, vor allen Dingen, wenn ihr das Video ein bisschen später seht, dann solltet ihr natürlich erstmal kurz gucken, naja, sind wir vielleicht schon unter 11.600 Dollar, dann sollte man vielleicht nicht mehr Long gehen, weil dann ist der Breakout nach unten passiert oder wenn wir bereits über den 11.700 Dollar sind, dann kann man sich natürlich überlegen, okay, gehe ich jetzt hinterher noch Long, dann wird es natürlich ein bisschen riskanter in Anführungszeichen, man weiß natürlich nicht, ob wir nochmal einen Retest machen und ob der Retest dann hält oder nicht, aber das ist so mein Setup, was ich jetzt fahren werde, nur damit ihr da Bescheid wisst. Ansonsten möchte ich jetzt, wie gesagt, auf einen Trade eingehen, wo ich tatsächlich alles verloren habe, sehr ärgerlich, war aber auch, um ehrlich zu sein, konnte man schwer verhindern nur, wobei ich es mir die ganze Zeit so ein bisschen gedacht habe und zwar, ja, bei EOS habe ich tatsächlich meine Position in den Sand gesetzt, mit was? Mit diesem fetten Drop hier. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, warum dieser Drop hier gekommen ist, denn in der Zeit, wo dieser Drop hier kam, ist Bitcoin tatsächlich hier so nach oben gegangen, das heißt, ich habe gesehen, okay, ich habe mich an Bitcoin orientiert, wir bouncen bei Bitcoin hier, das heißt, ich werde jetzt meine EOS-Position endlich mal eröffnen, werde bei EOS mit dem 25er Leverage Long gehen und ich dachte mir so, okay, es sieht sehr gut aus, Bitcoin zieht an, bei EOS passiert noch nicht allzu viel, das war irgendwo hier, das heißt, bei EOS passiert noch nicht allzu viel, wir halten uns relativ gerade, ja, dann habe ich gesehen, okay, Bitcoin zieht an, zieht an, ich so, okay, jetzt zieht bald EOS nach, perfekt, ich habe einen geilen Long-Trade eröffnet und dann auf einmal, sup, da dachte ich schon so, okay, irgendwas ist hier ganz komisch, weil in dem Moment ist Bitcoin einfach weiter nach oben und EOS so, war voll am Struggle und auf einmal so, zack, hat es EOS einfach einmal wirklich komplett nach unten gezogen. Ich weiß leider wirklich nicht wieso, ich weiß nicht wieso, ich wurde hier unten dann natürlich liquidiert, weil 25er Hebel, ganz klare Geschichte, habe jetzt hier zwar nochmal einen ganz guten Einstiegspunkt, aber der Einstiegspunkt ist mit drei EOS, naja, das wird nicht mehr allzu viel bringen, aber ich muss wirklich sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, die Altcoins, die kassieren momentan die ganze Zeit schon so hart. Eigentlich, auch wenn Bitcoin runter geht, wird EOS komplett runterrasseln, wenn Bitcoin hoch geht, wird auch EOS Schwierigkeiten haben mitzuziehen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gedacht, wahrscheinlich ist es sinnvoller, komplett short zu gehen, weil, naja, die Altcoins struggeln einfach momentan sowieso und die Altcoins steigen meistens nicht mal mit Bitcoin an, wenn Bitcoin anzieht, ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin nach unten geht, ist da, dann gehen die Altcoins sowieso krass nach unten und wenn Bitcoin hoch geht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht mal allzu hoch, dass EOS mit hoch geht. Das war so mein Grundgedanke, aber da habe ich die ganze Zeit gedacht, ach komm, so schlimm steht es um die Altcoins dann doch nicht. Ja, mir wurde jetzt hier gerade mal das Gegenteil tatsächlich bewiesen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt war, ich meine, das war jetzt glaube ich nicht allzu viel, 50, ich weiß jetzt nicht, wie viel waren das ungefähr, 200, 300 Dollar oder so, die da jetzt ripped gegangen sind. Vergleichsweise, klar, 300 Dollar sind 300 Dollar, ist viel Geld, aber vergleichsweise zu meinen Bitcoin-Trades, die ich ab und zu mal habe, da seht ihr ja dann auch immer in Videos, die dann irgendwie mit 20, 30, sogar der 1-Millionen-Dollar-Trade ja zwischendurch mal mit 80.000 Dollar im Profit tatsächlich sind, sind diese 300 Dollar, ja, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt für mich weniger schlimm. Ich bin auch am Überlegen, ob ich einfach nur für euch, weil das ist natürlich die EOS-Trading-Competition, ob ich für euch einfach nochmal 100 EOS draufballer und mit denen jetzt hier unten, dann muss ich mir nochmal das alles ein bisschen genauer überlegen. Ich habe jetzt hier natürlich einen schönen Long-Entry gehabt, aber ob ich dann nochmal versuche, dieses Minus wieder rauszuholen, damit unser Team die Team-Profitabilität behält und wir als Team das Ganze vielleicht dann gewinnen können und dann die 60.000 Dollar bekommen, 15.000 Dollar an Giveaways kommen dann, falls wir die Trading-Competition gewinnen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute einfach nochmal 100 EOS draufklatschen, einfach nur, weil ich nicht will, dass jetzt hier in Anführungszeichen dieser Drop dafür sorgt, dass ich komplett mit, in Anführungszeichen, einem Totalverlust dabei bin, weil das zieht natürlich die Team-Profitabilität ein bisschen runter und das will ich eigentlich nicht. Ja, Leute, ich würde tatsächlich sagen, wenn es euch schon mal gefallen hat, dass ihr auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, falls ihr dieses Breakout traden wollt, Leute, dann kann ich euch nur sagen, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, denn dieses Breakout könnt ihr komplett kostenlos mit 11.000 Dollar, komplett kostenlos mittraden, wenn ihr wollt. Und zwar registriert euch einfach bei Bybit, der Registrierungslink oder mein Affiliate-Link besser gesagt, ist in der Videobeschreibung und in der Kommentarsektion verlinkt. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Registriert euch damit einfach bei Bybit, denn dann, wenn ihr euch mit meinem Affiliate-Link registriert und euch dieses Bybit-Tutorial hier anschaut, was ich euch auch verlinke, da erfahrt ihr nämlich, wie ihr 110 Dollar komplett kostenlos bekommt. Das heißt, was ihr einfach macht, ihr registriert euch bei Bybit mit meinem Affiliate-Link, schaut euch dieses Bybit-Tutorial-Video hier an, dann wisst ihr, wie Bybit funktioniert und da erfahrt ihr, wie ihr diese 110 Dollar kostenlos bekommt. Ihr müsst für diese 110 Dollar tatsächlich 0,2 Bitcoin einzahlen. Aber, was ihr macht ist, ihr zahlt 0,2 Bitcoin ein, dann kriegt ihr die 110 Dollar gutgeschrieben, dann eröffnet ihr einfach mit einem 100er Hebel bei dem Breakout oder mit einem 50er Hebel einen 6.000 Dollar Trade, je nachdem eben, dass ihr sozusagen nur das die Bitcoin benutzt für den Trade, die ihr sowieso kostenlos bekommt. Wenn der Trade ins Minus geht und liquidiert wird, ist egal, ihr withdrawt eure 0,2 Bitcoin einfach wieder auf eure Wallet. Wenn der Trade aber profitabel ist, naja, dann habt ihr einfach, wenn Bitcoin irgendwie 50% macht oder 30% jetzt in der nächsten Zeit und ihr einen 11.000 Dollar Trade offen habt, dann habt ihr geschenkte 3.000 Dollar, Leute. Nehmt die auf jeden Fall mit. Das ist geschenktes Geld. Und wie gesagt, ihr müsst zwar 0,2 Bitcoin dafür einzahlen, aber die könnt ihr einfach wieder auszahlen, sollte euer 110 Dollar Trade, die ihr kostenlos bekommt, liquidiert werden. Ihr zahlt die 0,2 Bitcoin wieder aus und euer Trade, der kann nicht ins Minus gehen. Der wird liquidiert, wenn die 110 Dollar weg sind. Da kann nichts von eurem 0,2 Bitcoin abgezogen werden. Das müsst ihr euch, das heißt, da ist kein Risiko für euch da. Ihr könnt euch diese 110 Dollar einfach komplett kostenlos abholen. Das heißt, das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall machen, denn das geht nur noch bis zum 5. August. Das heißt, registriert euch mit meinem Affiliate-Link, holt euch die 110 Dollar kostenlos und tradet hier das Breakout einfach mal mit einem 100 Hebel, mit einem 50 Hebel auf Risiko mit, mit geschenktem Geld. Kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn was Spannendes passiert, aber ich gehe davon aus, denn spätestens bis heute Abend sehen wir das Breakout. Das heißt, morgen wird es wahrscheinlich auch wieder ein Video geben. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.